Lothar Scheib, Heizung und Sanitär aus Bad Nauheim, ist seit über 25 Jahren Ihr Fachbetrieb rund um die Themen Heizung und Sanitär in der Region zwischen Gießen und Frankfurt. Als Meisterbetrieb und Innungsmitglied stehen wir für fachliche Kompetenz und Erfahrung. Als Fachhandwerker bieten wir Ihnen stets ausgezeichnete Arbeit. Wir arbeiten mit namhaften Herstellern wie zum Beispiel Fiesmann oder Brötche sowie mit allen bekannten Sanitärherstellern. Egal ob Sie ein neues Wohlfühlbad, eine effiziente Heizungsanlage oder nachhaltige Solaranlage planen, mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir darauf spezialisiert, Ihre Wünsche in die Tat umzusetzen. Im Bereich Heizungstechnik kümmern wir uns um Einbau, Wartung und Service Ihrer Heizungsanlage, ganz gleich um welche Anlage es sich handelt. Zudem bieten wir Ihnen den fachgerechten Kesselaustausch für Holz-, Öl- oder Gaskessel an. Planen Sie einen Badumbau oder eine Badsanierung? Durch eine genaue Bedarfsermittlung bei Ihnen vor Ort werden wir Ihre Wünsche detailgenau und fachgerecht planen und ausführen. Mit einem formvollendeten Bad mit volldurchdachter Funktionalität gewinnen Sie ein Stück Lebensqualität. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns. Gerne beantworten wir offene Fragen oder vereinbaren einen Beratungstermin mit Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017